Musik Ich befinde mich hier bei der Murauer Hütte und wandere langsam hinauf zum Gipfel der Frauenheit. Musik 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 Es ist ein wunderschöner Tag, die Fernsicht ist zum Genießen und es geht vorbei an Almen, die leider schon geschlossen haben. Musik 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 Heute hat uns eine wunderbare Fernsicht bis zur Hochalmspitze. Musik 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 Nun noch der Eintrag ins Gipfelbuch Und dann mit Ruhe wieder den Rückweg anzutreten Auch hier haben wir wiederum die Hochhalmspitze Das Innere der kleinen Kapelle, die unterhalb des Gipfels steht Und hier bei der Hütte mache ich eine kurze Mit der Zwarte Musik 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 Wenn man sieht wie mit Flechten und Moosen dieses Kreuz schon bewachsen ist Kann man sich vorstellen wie alt dieses Matern ist Musik 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 Nun das Wetter ist so verrückt teuer, dass sogar Ende Oktober noch die Lubinien blieben Musik 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 Nun bin ich am Ende meiner Wanderung wieder bei der Murauerhütte angewandt Musik 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 Musik